Und zwar geht es um den FlexiSpot EG1. Hier handelt es sich um besonders günstige, höhenverstellbare Schreibtische, welche in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind. Einmal was die Farbgebung angeht, aber auch was die Größen angeht. So kann man das Modell mit Tischplatten zwischen 100x60 bis sogar 160x80 cm erwerben. Was uns an dem Modell so gut gefällt, ist, dass FlexiSpot uns hier die perfekte Mischung zwischen hoher Qualität und simpler Funktionalität bietet. Der Tisch, welcher zwischen 71 und 121 cm höhenverstellbar ist, also wirklich sehr hoch fahren kann, ist nur über zwei Tasten bedienbar. Es gibt an der rechten Seite zwei Tasten, um das Gerät erstmal hoch oder runter zu fahren. Kein besonderer Schnickschnack hier dabei, aber diese simple Aufmachung gefällt uns wie gesagt auch sehr gut. Der Schreibtisch ist sehr minimalistisch aufgebaut und passt sich vor allem in Kombination mit den verschiedenen Farbvarianten, die man auswählen kann, super in sämtliche Inneneinrichtungen ein. Besonders ist auch die Konstruktion, das Material, so besteht der Schreibtisch aus einem soliden Stahlrahmen in Industriequalität und einer hochwertigen, kratzfesten Tischplatte aus Hochdrucklaminat. So ist das Modell, was das Gestell angeht und auch die Schreibtischplatte sehr stabil und kommt von FlexiSpot auch mit fünf Jahren Gewährleistung für das Tischgestell. Drei Jahre Gewährleistung gibt es hier auf den Motor, welcher auch TÜV und CE zertifiziert ist. Mit dem FlexiSpot kann man so gut wie nichts falsch machen, außer wenn man sich vielleicht für die falsche Farbgebung entscheidet. Mehr Infos zum FlexiSpot EG1, den man auch noch durch weitere Extras wie beispielsweise Tastaturablagen, Kabelkanäle und so weiter aufpimpen kann, über den Link in der Videobeschreibung.